Schönen guten Abend beim Wetter, das uns heute wieder einmal etwas durchatmen hat lassen. Es scheint, als hätten sogar die Schmetterlinge wie der Schachbrettfalter oder aber der Bläuling die kurze Abkühlung so richtig genossen. Der Himmel war vor allem am Vormittag meist Wolken verhangen, wie hier in Bratz, mit Blick ins Klostertal. Am Nachmittag hat es aber schon wieder aufgelockert. Recht bescheiden deshalb auch die Niederschlagsmengen. Die Natur, die hätte ja deutlich mehr vertragen. Und deshalb können wir diesem Tief hier in Alpennähe durchaus was Gutes abgewinnen. Es bringt nämlich feuchte Luftmassen zu uns ins Land und diese sorgen in der kommenden Nacht dafür, dass es vor allem vom Brigenzer Wald bis ins Kleinwalsertal teils kräftig regnet. Der Sonntag selbst wird dann auch ein Wolkenverhangener, vor allem am Vormittag regnet es noch. Am Nachmittag dann nur mehr einzelne Schauer und zeitweise zeigt sich die Sonne, vor allem im Rheintal und im Walgau. Temperaturen in der Früh zwischen 10 und 16 Grad, das ist ganz okay. Untertags aber sehr bescheiden Höchstwerte wieder um die 20 Grad. Alles anders dann mit dem Start in die neue Woche. Der Montag wird ein Übergangstag. In der Früh da halten sich noch Restwolken. Ab dem späten Vormittag setzt sich aber im ganzen Land die Sonne durch. Gegen Abend werden die feuchten Luftmassen dann nochmal für Quellwolken sorgen. Gewitter sollten sich aber aufs Bergland beschränken. Ab Dienstag dann wieder wunderbares Sommerwetter mit viel Sonne. Und am Mittwoch knacken wir schon wieder die 30 Grad Marke. Alle Ferienkinder und Urlauber, die dürfen sich freuen. Aus heutiger Sicht bleibt es nämlich bis Freitag so richtig hochsommerlich. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.